ja herzlich willkommen zur nächsten folge minecraft willkommen zurück auf unserem server es ist heute montag abend wir streamen wieder live heute und ich stehe hier in meinem kleinen aber feinen lager vor meiner bambus farm die läuft auch schon so ein bisschen weil es seit gestern abend kommen online jetzt sind hier ungefähr zwei stacks stöcke drin wenn wir hier unten ein bisschen arbeiten ein bisschen der base sind dann wird das auch schnell mehr und wir können dann immer mal ein bisschen traden so eine richtige xp farm haben wir noch nicht auf zukunftserver also alles ein bisschen schwierig aber das kommt alles bald am nächsten wochen der steht der ender drache kampf an dann sind wir alle schon mal einen schritt weiter die läuft auch soweit gut wir haben hier noch zwei kupferleuchten die sind auch inzwischen gewachst ich konnte mir von unserem server ein paar bienen waben er traden so dass wir hier praktisch auch noch die kupferleuchten haben apropos kupferleuchten die muss ich mir gleich noch mal raussuchen hier da sind sie und ich brauche noch mal zwei bienen waben wir wollen nämlich das gleiche auf der anderen seite jetzt für zuckerrohr bauen und da gibt es eine besonderheit im vergleich zum bisherigen verbau ich kann ja noch mal jetzt einmal zeigen die schalte hier haben wir das ganze mit einer redstone clock gemacht weil es nur ein rezept für bambus gibt sprich wenn ein bambus reinkommt passiert einfach nichts und wenn der zweite bambus reinkommt dann macht er einen stock und das soll er ja auch machen bei zuckerrohr ist das ein bisschen anders denn bei zuckerrohr ist das rezept ja praktisch ich muss mal am besten zuckerrohr haben habe ich jetzt nicht aber ihr könnt ihr wisst ja das ist das sind ja zuckerrezept sind ja dreimal nebeneinander zuckerrohr so sobald da aber eins drin ist und ein red zucker legal kriegen würde würde er einfach zucker craften und das ist ein problem das wollen wir nicht deswegen bauen wir das hier ein bisschen anders nicht mit einer redstone clock sondern mit einer gegenseitigen aktivierungsstation deswegen brauchen wir zwei werker wir brauchen hier komparatoren und redstone verstärker wie das ganze dann aussieht erkläre ich dann wenn es fertig ist aber erst mal heißt es wir machen keine normale redstone clock sondern so eine aktivierungs clock die sich aktiviert mit dem stärker werdenden redstone signal je nachdem was an input reinkommt also sprich bei einem zuckerrohr reicht das redstone signal nicht aus um die gegenseitige aktivierung sozusagen zu verstatten also das den kreislauf zu schließen erst bei drei und so funktioniert das und so werden wir das dann eben auch bauen dafür brauchen wir glaube ich aber noch mal drei zuckerrohr extra nehme ich die die dann das rezept beinhaltet was wir einstellen und dann kriegen wir hoffentlich automatisch papier raus das ganze dann eben halt hier in dem gleichen stil auch wieder mit dem gleichen system wir haben hier matsch das einzige was wir noch brauchen ist wasser sprich wir müssen uns ja noch mal ein wassereimer besorgen ich habe jetzt tatsächlich glaube ich kein da doch habe ich eigentlich wir können noch mal ein paar kraften aber grundsätzlich reichte einer für noch mal mit wasser auf und dann geht's los wir bauen erst mal die die farm nebenbei auf wir sind wieder live wir sind auch im disco mit den anderen das heißt es wird immer ein bisschen gequatsche geben nebenbei und ihr habt dann so ein bisschen die schneide ich dann wieder so ein bisschen ein paar baubschnitte rein und am ende gibt es dann das endergebnis also freut euch drauf wir legen los so jetzt mal hier anfangen auszuheben gleiches spiel wie auf der seite wir machen das einmal komplett in der gleichen fassade das heißt das muss ja alles weg jetzt hoffe ich nicht dass es wie bei der anderen seite ist dass mir jetzt hier der ganze eine ganze menge fies cool und der berti kommt guten abend die dame und die herren guten abend der herr ist gerade essen der ist nicht da ach der ist nicht da der kleine herr der kleine herr ja der wie wir gelernt haben neunjähriger herr merdi du kannst du da abend noch mal zeugen unabhängig davon dass wir noch ein bisschen was vorhaben sein wie man dieses mit dem auto crafter noch anders regeln kann weil für einige rezepte für einige rezepte funktioniert das mit der redstone clock nämlich nicht stell dir folgendes vor also das funktioniert natürlich jetzt mit dem melon und das funktioniert auch mit dem bambus das funktioniert das funktioniert aber nicht mit zuckerrohr und jetzt darfst du erst mal raten warum berthi das ist jetzt micro frage für dich warum funktioniert das mit der redstone clock nicht bei zuckerrohr oder zumindest nicht konstant weil da das ja das zuckerrohr umwandeln muss in papier ja 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 warum und warum ist das ein problem mit der redstone clock da legt die unten rein dreimal und dann müsste eigentlich dreimal papier raus kommen warum ist das ein problem ja so weit so gut erzähle was kann man denn noch mit zuckerrohr machen äh zucker ja wie macht man zucker mit einem und da wird jedes mal einer wenn einer drinnen ist kommt er dann raus oder wie naja aber du ja weil die redstone clock ja sozusagen alle paar tics ein redstone signal abgibt und wenn zu der zeit halt nur ein ein gerade ein ein ding drin liegt macht er halt zucker statt papier und dann ist dein zuckerrohr weg ja dann musst du dann musst du deine clock so anpassen dass die erst äh das signal gibt wenn der äh drei drinnen liegen hat also dann musst du die zeit verlängern ich kann aber ja nicht beeinflussen wann der zuckerrohr reif ist ach so ja weil es ja nicht hintereinander weg geht naja gut ich dachte jetzt du hättest ne zuckerfarm wo wirklich zucker anliegt also zuckerrohr anliegt was ja also ja pass auf ähm und da gibts halt ne andere möglichkeit das ist so ein bisschen also das funktioniert mit zwei werkern ich äh hab das schon mal in dem hab das schon mal für ich weiß nicht ich hab da glaub ich mit roten getestet oder mit irgendwas ich weiß gar nicht was ich das getestet habe äh ja doch es gibt ne variante wenn du den ausliest den werk ja genau mit dieser redstone wie heißt das ist nicht der verstärker das ist der komm mit nem komperator ja genau der sozusagen das gibt so ein gegenseitiges signal du gibst das rezept du gibst das rezept was er craften soll in dem anderen werke rein mhm und der gibt dann sozusagen immer du dann ein redstone wenn im anderen werke das genaue rezept drin ist das geht auch noch einfacher und oder muss noch einfacher gehen wenn du das ausliest äh und da hinten eine redstone spur dran machst an diesen komperator ja dann äh tut er bei einem item nur ich sag jetzt mal einen block weit genau so funktioniert das auch genau so meinst du es ja genau und bei dreien halt dann drei blöcke ja und wenn der da hinten angekommen ist kannst du dieses signal abgreifen und kannst es vorne rein führen sodass der das dann fertig macht genau so ungefähr funktioniert es auch so funktioniert es dann auch ja gewischt mhm 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 so hole ich jetzt erstmal das wasser und bloß gut dass es schon dunkel ist gerade das ist ja total toll wir können uns kurz hinlegen wenn du magst naja ich bin jetzt gerade im lager ist okay ich muss noch mal aufpassen dass hier nicht irgendwelche ungetüme hier bei mir spawnen aber sonst funktioniert es ja schon naja ich würde mich schon gerne hinlegen weil ich jetzt wieder raus gehen will meinen Turm weiter bauen achso ja dann gehen wir kurz schlafen dann gehe ich kurz raus ich habe eine band aus Holz kaputt gemacht du hast keine ich muss mich jetzt mal ganz kurz konzentrieren max ja nicht ähm ich brauche jetzt mal ein bisschen konzentrationsruhe ähm hier muss noch ein komprator hin hier muss der andere Werker hin hier muss der andere Werker hin nein warte mal das ist falsch ne das ist egal wie oder was ok das ist egal wie der steht ne der muss andersrum stehen der muss nach hinten raus zeigen so dann brauche ich redstone zack 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 ich weiß gar nicht auf welcher stufe aber ich glaube das ist egal ich habe hier irgendwas falsch gemacht der steht an der falschen stelle da hä hä wo sind der jetzt hin äh da ich dachte der wäre aus dem imitar so und dann hier kommt nochmal redstone hin so und jetzt machen wir hier drei zuckerrohr rein jetzt sind jetzt falsch so so also ähm wie vorhin erklärt das ganze funktioniert so wir haben jetzt in dem einen Werker das komplette Rezept denn der hat mit dem komprator sozusagen das Rezept gelockt und wenn hier in dem anderen Werker zuckerrohr reinkommt dann müssen erst drei zuckerrohr reinkommen damit das ganze signal umgeleitet wird und in den Werker geht der letztlich unser Papier craften soll und somit verhindern wir dass hier Zucker entsteht das ist sehr sehr cool warum brauchst du da zwei Werker weil der andere Werker das Rezept sozusagen festlegt wie viele Items äh damit müssen aber du hast ja nur äh zuckerrohr dort anliegen ja ja drei zuckerrohr genau da brauchst du da nur einen Werker ja sozusagen der andere kommt also ich mach das jetzt sozusagen also ich mach das jetzt vielleicht nicht ganz so wie du das jetzt gemeint hast mit dem mit dem mit dem hinten rausführen und dann ja mit dem mit dem Signal nur einfach ja sondern mit einem Gegengewicht sozusagen sag ich mal also um das jetzt vielleicht besser zu erklären wo bist du bist du bei dir zu Hause ja möchtest du das einmal angucken ja da würde ich mal vorbeikommen äh umständen so Kupferleuchte und Wienenwachs bitte einmal ich brauche mal kurz den letzten Block nein bist du gestorben nein aber jetzt ist hier auch ein Gas beim Alex beim Alex so beide haben sie es mit mir so die ist gewachst die wollen nur ein bisschen spielen ja ja weiße Bälle so Alex bin da ich habe es geschafft ja da kommen wir in mein Lager herunter hallo Berti ja und ich habe keinen Helm mehr auf Nachteil du kriegst bei mir jetzt gleich einen Helm oder Schuhe ok die auch im Helm gehen so ja also hier ist die die Bambusfarm ne mit der Redstone Clock das kennst du ja schon ja ist ok und hier ist das gleiche jetzt nochmal für Zuckerrohr dann ok und hier hinten in der Ecke ist jetzt die Schaltung ok guck so und dem hier nimmt er das raus das Signal wie viel drin ist ne genau und im hinteren Werker ist sozusagen das Rezept drin für dreimal Zuckerrohr und er gibt es nicht aus weil der Komparator das sozusagen derzeit verhindert dass er es ausgibt mit dem Papier siehst du das mhm das ist wie ne automatische wie ne automatisches Lagersystem fast bisschen von der Art her und wenn jetzt hier in dem Komparator warte mal ich mach mal ich hol mal Zuckerrohr ich hol jetzt mal drei Zuckerrohr und leg die mal hier in den du mal ich leg erstmal einen rein so ich leg einen rein da passiert nichts warte 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 ja ich leg einen zweiten rein passiert immer noch nichts geht auch nicht weil auch kein Rezept ist beim dritten hat er das Signal aber er gibt es grad nicht aus ähm das ist jetzt komisch können wir hier nach hinten öff machen oder ist hier dahinter was ne da ist nix darf ich das mal machen ja ich überlege gerade warum er das nichts ausgibt gerade normalerweise müsste er jetzt eigentlich das ausgeben warum er das jetzt nicht macht weiß ich nicht du kannst ja alles machen ich habe auch Redstone und sowas da aber ja ja nur ich sag mal so den den Block hier der hier der hier oben ist sozusagen der muss bleiben weil da das Wasser sonst rausläuft ok ne den lass ich ganz kurz ich mach mal das weg das weg das weg so du hast jetzt hier nix drinne ne das nix drinne dann zeigt er an dass da was drinne ist ne da ist nix drinne du kannst es auch mal abbauen alles alles gut ich könnte den jetzt auch nochmal abbauen ja den Komparator hier ja klar ne den den Werker kannst du auch abbauen den Werker das kommt hier raus ok gib mir den mal anders ne du musst da anders rum ja 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 ich hab den Werker genau den musst du hier gegen den Block bauen warte mal bau dir mal so einen Block hin ne ne ist egal kannst du den ja ausbesetzen ne so nicht ach ne ah stimmt deswegen den Block ja zurecht so jetzt haben wir's äh und jetzt will ich sagen hier ist noch ein Komparator hab ich noch falls du den brauchst ich hab auch noch ein paar Verstärker je nachdem was du haben willst ja ja Verstärker brauchsch jeden genau das halt äh den jetzt warte mal was ist nochmal weg den Komparator guck mal kann ich den hier nicht hoch springen ok wenn wir heute mal die Nacht durch machen richtig mhm ja von mir aus ja und jetzt eins zwei drei vier find wir dann machen wir so hast du hast du noch Redstone hast du noch da ne übrigens das Signal wird automatischer gepolt wenn ich hier die Dinger hier mache zu mache siehst du das ich mach ein Ding zu dann kommt ein Signal weit zwei Dinger zu drei vier fünf sechs sechs das Signal geht so weit ah okay dann müssen wir noch weiter nach hinten gehen mach mal mach mal alle wieder auf das ist der Grund warum die genau und wir müssen erst mal sechs nach hinten gehen eins zwei drei drei hast du noch mehr Redstone jaja hab ich hier in der Kiste ist noch ganz viel zwei drei vier vier fünf man könnte das auch im Quadrat legen man muss es jetzt nie so ja ja ist ja nun mal zum Show-Effekt sozusagen na na soll ich mal da mal das Rezept rein nehmen eins zwei sechs sieben acht neun genau das ist jetzt das Rezept soweit geht das Redstone Signal eins zwei drei ideal genau so und dann gehen wir hier rüber und gehen hier ich brauche zwei Verstärker äh ja immer mit Redstone hier rüber hier rüber und dann den ersten Verstärker hier hin hier bitte hast du noch mal Verstärker ja danke den ersten Verstärker hier hin zack und jetzt eins zwei halb das ne drei vier und dann diesen so aber da muss noch ein Verstärker hin irgendwo ne hier muss noch immer hin das Signal geht noch bis hier so weit ne weiter geht es nicht ja ja weiter geht es nicht es geht bis hier her und wenn es hier ist dann soll es weiter verstärkt werden mach den noch mal weg warte mal da können wir das müsst ihr erreichen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn 15 glaube ich geht es ne ja so mach mal dein Dings hast du jetzt und jetzt tu mal drei rein ich pack erstmal einen rein mal gucken was passiert ok ja so ich habe jetzt einen reingepackt einen zweiten ich habe jetzt einen zweiten reingepackt ja einen dritten und jetzt habe ich einen dritten aber ach Mensch ich bin doch blöd einen weiter ne warte ja ja ein weiter ich musste in die Maschine rein jetzt hast du eine Glock gerade gebaut so wollen wir es nochmal probieren ja also einen rein passiert nichts zwei rein passiert auch nichts weil ihr Rezept dritter rein ja zack Papier weißt du da brauchst du keinen zweiten Burger du brauchst einfach nur ne Spur legen jeder Block von dem äh abgehend ist ein ähm Platz im Burger das heißt der Worker kann sozusagen 9 bepowert sozusagen 9 Felder weit 9 Felder genau und erst wenn der hier hinten ankommt tut der Verstärker das Signal weiter nach vorne leiten und wieder in den Worker rein ja ok dann machen wir es jetzt kannst du das alles wieder zubauen hier brrrr machen wir es so bloß halt das muss ich halt offen lassen hier gut so danke Berti ja das war doch cool da haben wir schon ein bisschen Redstone Kunde gemacht hier ich werd dann gehen ich geh dann tschüss 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 machs gut tschüss Max tschüss Max tschüss Max tschüss Max damit man auch nicht verpasst dass er auch wirklich geht jetzt ne tschüss 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 irgendwie tschüss 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 schön mit einlage mit redstone einlage von berti